DJ Ötzi, richtiger Name Gerhard Friedle, wurde am 7. Januar 1971 in St. Johann in Tirol, Österreich. Er ist als berühmter Sänger und DJ in der europäischen Pop- und Dancemusikszene bekannt. DJ Ötzi blickt auf eine beeindruckende musikalische Karriere mit zahlreichen Hits wie Hey Baby, Anton aus Tirol und Ein Stern, der deinen Namen trägt, zurück. DJ Ötzi hatte eine nicht ganz so friedliche Kindheit. Er wurde in eine arme Familie hineingeboren und musste in einem Waisenhaus aufwachsen. Seine Mutter verließ ihn, als er noch sehr jung war und er wusste nicht, wer sein Vater war. Diese Erfahrungen hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf seine Seele und seine spätere Karriere. In seinen jungen Jahren hatte DJ Ötzi mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Von der Tatsache, dass er keine Patenfamilie hatte, bis hin zur Notwendigkeit, schon in jungen Jahren seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Diese Schwierigkeiten besiegten ihn jedoch nicht, sondern halfen ihm im Gegenteil, stärker und standhafter zu werden. Die Musikkarriere von DJ Ötzi begann, als er an einem Talentwettbewerb in Österreich teilnahm und gewann. Dies öffnete ihm 1999 die Tür zur Aufnahme seiner Debüt-Single Anton aus Tirol. Das Lied wurde schnell zu einem Phänomen in Österreich und Deutschland und verhalf ihm zu seinem ersten Auftritt in der europäischen Musikszene. Auch im Jahr 2000 sorgte DJ Ötzi mit dem Hit Hey Baby, einer Cover-Version von Bruce Channel, für Furore. Dieses Lied war nicht nur in Europa erfolgreich, sondern verbreitete sich auch weltweit, führte in vielen Ländern die Musikcharts an und wurde auf Partys und Sportveranstaltungen zu einem bekannten Lied. Im Laufe der Jahre hat DJ Ötzi viele erfolgreiche Alben und Singles veröffentlicht und damit seine Position in der Pop- und Dance-Musikszene gefestigt. Einer seiner größten Erfolge war der Song »Ein Stern«, der deinen Namen trägt, in Zusammenarbeit mit Sänger Nick P. Dieser Song landete elf Wochen in Folge an der Spitze der deutschen Charts und erhielt zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen. DJ Ötzi ist nicht nur für sein musikalisches Talent bekannt, sondern auch für seinen lebendigen und attraktiven Auftrittsstil. Er trägt oft eine weiße Mütze, die zu seinem Markenzeichen geworden ist. Seine Auftritte sind immer voller Energie und werden vom Publikum geliebt. Allerdings verläuft das Leben von DJ Ötzi nicht immer reibungslos. Er musste sich in seinem Privat- und Berufsleben vielen Herausforderungen und Ereignissen stellen. DJ Ötzi hatte gesundheitliche Probleme. Unter anderem musste er dringend operiert und wegen einer Krankheit behandelt werden. Diese Ereignisse ließen ihn das Leben und die Familie noch mehr wertschätzen. Vor kurzem, im Alter von 53 Jahren, hatte DJ Ötzi erneut mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er wurde gestern Abend wegen starkem Fieber dringend ins Krankenhaus eingeliefert. Nach rechtzeitiger Diagnose und Behandlung hat sich sein Zustand stabilisiert und er ist auf dem Weg der Genesung. Seine Tochter, Lisa Marie, war sehr emotional und besorgt über den Zustand ihres Vaters. Sie tritt nur selten mit DJ Ötzi in der Öffentlichkeit auf und dieser Vorfall hat dazu geführt, dass sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Der Schmerz ihres Vaters machte sie trauriger und emotionaler denn je. Obwohl DJ Ötzi eine erfolgreiche und beliebte Karriere hinter sich hat, schätzt er seine Familie immer und verbringt viel Zeit mit seinen Lieben. In den sozialen Netzwerken teilt er oft glückliche Momente mit seiner Frau und seiner Tochter und zeigt abseits der Bühne eine andere, einfache und herzliche Seite von ihm. Lisa Marie, die Tochter von DJ Ötzi, ist sein größter Stolz. Er schenkte ihr immer besondere Liebe und Aufmerksamkeit. Dass Lisa Marie selten mit ihrem Vater zusammen ist, mindert nicht die tiefe Zuneigung zwischen den beiden. Im Gegenteil, diese seltenen Momente werden noch bedeutungsvoller und wertvoller. DJ Ötzi ist einer der prominentesten und einflussreichsten Künstler der europäischen Pop- und Dance-Musikszene. Sein Leben und seine Karriere zeugen von Ausdauer und unermüdlichem Einsatz. Trotz vieler Herausforderungen und Ereignissen behält DJ Ötzi stets den Glauben und Optimismus, widmet sich weiterhin der Musik und bereitet dem Publikum Freude. Auch im Alter von 53 Jahren ist DJ Ötzi trotz gesundheitlicher Probleme immer noch belastbar und befindet sich auf dem Weg der Genesung. Die Liebe der Familie und die Unterstützung der Fans werden immer eine große Quelle der Ermutigung sein, die ihm hilft, seine Reise fortzusetzen. Bevor DJ Ötzi Weltruhm erlangte, hatte er eine romantische Beziehung mit einer Frau in seiner Heimatstadt. Diese Liebesbeziehung wehrte jedoch nicht lange und führte nicht zur Heirat. Sein Jugendleben verbrachte er größtenteils damit, seiner Leidenschaft für Musik nachzugehen und seine Karriere aufzubauen. Im Jahr 2001 beerbte DJ Ötzi Sonja Friedle, eine schöne und intelligente Frau, die ihm in schwierigen und erfolgreichen Zeiten stets zur Seite stand. Sonja ist nicht nur eine hingebungsvolle Ehefrau, sondern auch eine vertrauenswürdige Begleiterin, die ihn in jeder Situation stets unterstützt und anfeuert. Ihre Ehe ist nicht nur die Vereinigung zweierliebender Seelen, sondern auch eine Vereinigung gegenseitigen Respekts und Verständnisses. Sonja hat maßgeblich dazu beigetragen, dass DJ Ötzi Beruf und Familie unter einen Hut bringen konnte. Sie war immer eine große Quelle der Ermutigung und half ihm, Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben und in der Karriere zu meistern. Im Jahr 2003 begrüßte die kleine Familie von DJ Ötzi und Sonja ein neues Mitglied. Tochter Lisa Marie. Die Geburt von Lisa Marie brachte der ganzen Familie grenzenlose Freude und Glück. DJ Ötzi drückte seiner Tochter immer seine Liebe und seinen Stolz aus. Er betrachtete sie immer als große Motivationsquelle im Leben. Obwohl Lisa Marie im Heiligenschein ihres berühmten Vaters aufgewachsen ist, behält sie stets ihr Privatleben und tritt selten in der Öffentlichkeit auf. DJ Ötzi und Sonja gaben ihr Bestes, um Lisa Marie eine friedliche und glückliche Kindheit zu ermöglichen, fernab vom Druck und der Kontrolle der Medien. Auch im Alter von 53 Jahren behält DJ Ötzi seine Leidenschaft für die Musik bei und tritt weiterhin öffentlich auf. In letzter Zeit hatte er jedoch mit einigen ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Gestern Abend musste er wegen starkem Fieber dringend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach rechtzeitiger Diagnose und Behandlung hat sich sein Zustand stabilisiert und er ist auf dem Weg der Genesung. Tochter Lisa Marie war sehr emotional und besorgt über den Zustand ihres Vaters. Dieser Vorfall ließ sie ihre Tränen nicht zurückhalten, da sie selten mit ihrem Vater zusammen war. Und dieser Vorfall machte sie trauriger und emotionaler als je zuvor. Auch wenn er sich in der Genesungsphase befindet, bleibt DJ Ötzi optimistisch und positiv gestimmt. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Familie, insbesondere mit seiner Frau Sonja und seiner Tochter Lisa Marie. Die Liebe und Unterstützung seiner Familie war eine große Kraftquelle, die ihm half, diese schwierige Zeit zu überstehen. Darüber hinaus engagiert sich DJ Ötzi ständig in Wohltätigkeits- und Community-Aktivitäten. Er möchte immer dazu beitragen, Menschen in schwierigen Umständen zu helfen, insbesondere Waisenkindern und Menschen, die keine guten Lebensbedingungen haben. Seine Freundlichkeit und Toleranz wurden von vielen Menschen respektiert und bewundert. Das Leben und die Karriere von DJ Ötzi sind eine Reise voller Höhen und Tiefen und Emotionen. Aus den Schwierigkeiten seiner Kindheit entwickelte er sich zu einem der berühmtesten und beliebtesten Künstler Europas. Seine Liebe und die Ehe, insbesondere mit seiner Frau Sonja und seiner Tochter Lisa Marie, waren ihm immer eine Quelle der Ermutigung und der soliden Unterstützung, die ihm halfen, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Obwohl DJ Ötzi derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, behält er seinen Glauben und Optimismus bei und widmet sich weiterhin der Musik- und Wohltätigkeitsaktivitäten. Die Unterstützung und Liebe seiner Familie und Fans werden immer eine große Quelle der Ermutigung sein, die ihm hilft, alle Herausforderungen zu meistern und in seiner Karriere weiterhin zu glänzen. Gerhard Friedle begann seine musikalische Karriere nach einer schwierigen und herausfordernden Kindheit. Als er noch sehr jung war, verließ er sein Zuhause und musste seinen Lebensunterhalt alleine bestreiten. Seine Leidenschaft für die Musik wurde zur treibenden Kraft, die ihm half, Schwierigkeiten zu überwinden und nach Auftrittsmöglichkeiten zu suchen. Der erste Wendepunkt kam, als DJ Ötzi an einem Talentwettbewerb in Österreich teilnahm und gewann. Dieser Sieg öffnete ihm die Tür zur Aufnahme seiner Debüt-Single »Anton aus Tirol« im Jahr 1999. Dieser Song wurde in Österreich und Deutschland schnell zu einem Phänomen und verhalf dem Namen von DJ Ötzi zu »Neuer Blüte«. Anton aus Tirol war nicht nur ein Hit, sondern wurde auch zu einem bekannten Lied auf Festivals und Musikveranstaltungen. Auch im Jahr 2000 sorgte DJ Ötzi mit dem Hit »Hey Baby«, einer Coverversion von Bruce Channel, für großes Aufsehen. Dieses Lied verhalf ihm zu internationalem Status und erreichte Platz 1 in vielen Charts in Europa und anderen Ländern. »Hey Baby« war nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern wurde auch zu einem beliebten Lied bei Sportveranstaltungen, insbesondere bei Fußballspielen, wo es oft gespielt wird, wenn Mannschaften am Tisch punkten. Nach dem Erfolg von »Hey Baby« veröffentlichte DJ Ötzi weiterhin viele weitere erfolgreiche Singles und Alben. Einer seiner größten Hits war »Ein Stern«, der deinen Namen trägt, mit Sänger Nick P. Ein kurzes Kennenlernen. Schön, dass Sie wieder da sind. Schon wunderbar. Super. Dann machen wir weiter. Und zwar mit einem kurzen Moment, der, wer ist eigentlich hier im Raum zusammengekommen? Meine Impulsgebenden, die hier sind, unsere Impulsgebenden werde ich noch kurz vorstellen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich so ein bisschen wissen, wer Sie sind und Sie auch ein bisschen kennenlernen. Dafür haben wir, wie ich schon angekündigt habe, eine Mentimeter-Umfrage vorbereitet, mit insgesamt drei Fragen, das ich gerne jetzt ankündigen will. Sie können sich also jetzt vielleicht einen Browser aufmachen, Ihre Wahl, Firefox, Chrome, Edge und so weiter und dort die Adresse menti.com eingeben und dann im Chat finden Sie den Code dazu. Also nach Aufforderung wird Ihnen dann der Code, also müssen Sie den Code eingeben. Mentimeter ist so ein Umfragetool, das relativ kurzweilig, schon relativ einfach zu erstellen geht. Und da möchten wir gerne von Ihnen genau wissen. Erstmal natürlich die Frage, wer überhaupt da ist und so weiter. Und ich hole, genau, Dankeschön. Da sehen wir auch in der ersten Ergebnisse schon, in welcher Funktion nehmen Sie heute teil? Als Lehrerin oder Lehrer in der Schulentwicklung, Verwaltung und so weiter. Ich warte auch gerne nochmal einen Moment, damit wir da auch so, dass Sie alle die Möglichkeit haben, die Sie wollen, daran teilzunehmen an dieser Umfrage. Und dann können wir da gerne nochmal gucken, gemeinsam drauf schauen, dass die Leute teilnehmen können und so weiter. Wo Sie sich selber zuordnen, das ist ja manchmal gar nicht so, also Sie sind ja manchmal vielleicht in unterschiedlichen Rollen unterwegs, könnte ich mir auch vorstellen.